Tag ist! Ich bin es! Eure Elfriede! Na da staunter was! Guck mal hier! Was wir hier für'n töften Deko gemacht haben! Die Puppi ist in der Garage! Ich sag euch! Seit Tagen! Seit Tagen sind die komplett aus dem Häuschen! I'm streaming of white Christmas! Das hör ich jetzt zum zweihundertsten Mal! Das ist ne Lurie! Ehrlich! Aber das ist ja alles für'n guten Zweck für euch! Dass ihr gut durch'n Advent kommt! Jetzt, wo ihr ja nix stört, wie ihr es sonst so macht! Keine Familienfeier! Kein Laterneumzug! Keine Nikolausfeier! Ach was weiß ich! Betriebsausflug! Was da alles macht! Ne! I'm streaming! Lurchi! Jetzt komm mal hierbei! Ne! Ah! Bin ich schon zu spät? Ne! Setz dich da jetzt mal wacker hin! Na los da wacker hinsetzen! Ähm! Ähm! Was bin ich fasziniert von dir! Ähm! Mit dem Hütchen da! Das sieht wirklich toll aus! Elfriede! Ja! Du hast auch schon Hütchen auf! Ja! Und ist die Kamera schon an? Ja! Da musst du nach vorne gucken! Ähm! Ja! Ähm! Ähm! Was wollt ich denn sagen? Na du wolltest das ankündigen! Ach ja! Also der, der Hase, der macht eine Lesung und ich mache immer eine Lesung und dann mach ich dann... Ähm! 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 Es reicht jetzt! Ähm! Alles zu schnell! Ähm! 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 Lurchi! Äh! Geh mal wacker wieder üben! Ähm! Lurchi! Ähm! Geh singen üben! Ähm! Ähm! Mach ich! Ähm! Ähm! Kinder! Ehrlich! Ähm! Das geht jetzt so seit Wochen! Ne! Ihr könnt euch freuen! Macht ihr Glühwein! Macht ihr Plätzkes! De Füße hoch! Und dann kommen die ganze Filmchen zu euch! Über so ne Nummer! Nummerkes! Ne! Also! Das macht die Puppenspielerin noch! Und dann zieht ihr sie und dann könnt ihr das jeden Abend gucken! Tschüsskes! Ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps! Ne! Oh! Ja! 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 Ja!